Wie viele man da braucht? Ich meine, man... Halleluja, wenigstens hat das funktioniert. Okay, dann probieren wir es mal so. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Oh Gott. War das schrecklich. Das glaubst du ja wohl selber nicht. 20 Schritte. Man braucht so viele Schritte. So viele Schritte. Obwohl ich eigentlich auf dem Gang zum Ende schon mehr Schritte einsparen könnte. Man braucht so viele zum Hinlaufen von irgendwelchen Dingen. Das habe ich mir ja nie... Ich dachte, das wäre einfacher. Vielleicht mit der Zeit? Vielleicht machen wir erst die Zeit. Das wäre... Vielleicht ist das hier einfacher. Go, go, go. Ah, eins. Da sie nun beide Portare kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Oh mein Gott, ich bin behindert. Wenn Ihnen schildlich wird vor Durst, kippen Sie mich um. Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbegeben. Auf die Fresse, fertig, los. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Ja, 19 Sekunden. Das kriege ich bestimmt hin, weil die wenigstene Portalmethode ist doch relativ schnell eigentlich. Ich glaube, Testkammer 13 haben wir eigentlich ganz gut raus mittlerweile. Da sie nun beide Portare kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schildlich wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Nein! Ohoho. Ah, Nerv, ey. Nerv, 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 Nerv. Da sie nun beide Portare kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Was mir... Wieso kann ich mich nicht durch das wegen? Und wieso tötet mich dieses System einfach? Und what the fuck? Da sie nun beide Portare kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Das ist nicht akzeptabel. Wenn Ihnen schildlich... Ich dachte, wir würden wieder neu starten. Das finde ich wesentlich besser, aber würde ich... Da sie nun beide Portare kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Ja, ich bin jetzt immer wieder bei mir. Stopp, 11 Sekunden, ne? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Immer... Verdammt nochmal! Zeitdruck! Steht mir nicht gut. Und vor allem immer diese nervige Scheißstimme. Das regt auf. Die Stimme ist geil, aber immer den beknackten selben Text zu hören. Nerv. Sehr lange dauern. So. Wenn Ihnen schildlich wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ich hab's genau gesehen. Genau gesehen, dass diese beknackte Kugel da auch nicht zugeflogen kam. Die Stimme kontrollieren könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Komm her. Ich hab's Zeit verloren. Wenn Ihnen schildlich wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmitteln und Adrenalin wiederbeleben. So geht das. Boah. Als Teil des bereits erwähnten Festen. Ich wette, man könnte das auch noch schneller machen, aber... Nerv, ey. Ich muss das jetzt mal abschalten. Das regt verdammt tierisch auf. Audiosprache. Gibt's hier auch irgendwie keine? Dass sie mir die Fresse hält, bitte. Oder so auf... Japanisch? Komm, machen wir mal ein bisschen... Machen wir mal ein bisschen Fun oder so. Äh, okay. Vereinfacht oder traditionell als Chinesisch? Ach komm, machen wir einfach Russisch. Russisch ist immer gut. Was? Neustarten? Ne, blöd. Ja, klar. Ich kann nicht lesen. Super. Ja, komm schon. Ach, egal. So hören wir ja gar nichts. Das ist doch blöd. Ne. Ey, aber diese Stimme regt mich gerade ein bisschen zu viel auf. Das ist... Es ist nicht mehr... Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man sie vermissen. Niemand wird mich vermissen. Niemand. Aber lassen wir das jetzt erstmal sein. Kümmern wir uns einfach um die nächsten paar Portalchen. 70 Sekunden. 140, 105. Und hier, bei denen, bei denen es um Schnelligkeit geht, da ist es ja auch so ein bisschen... Da ist es ja auch so ein bisschen Speedrun-Manier. So, vor allem, wie ging denn das hier nochmal? Ähm... Ähm... Wir weisen Testversionen, die Gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Find ich nicht lustig. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch verhältlich. Witzig. Ey, mach, gib mir meinen verdammten Kubus. Warum bin ich auf der Seite? Nicht lustig. Kubus? Guck mal her. Das dauert alles schon viel zu lange. So unglaublich. So unglaublich dämlich. Ich brauch gerade... Ich sollte 50 Sekunden brauchen. Da rein. Autsch. Scheiße. Ich hab mich super getötet. Das hat viel zu lange gedauert. Den Fall über Kubus zu besorgen. Wir weisen Testpersonen, die Gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Ich sag dir, bleib stehen. Kubus? Ich sag dir, du sollst stehen bleiben. Aber wer hört schon auf mich? Niemand. Was soll da hin? Nein. Nein. Soll es nicht verflucht. Passt schon. Irgendeins passt schon. Das muss da hin und dann muss ich warten. Oder? Dauert jetzt schon viel zu lange. 50. Das kommt nicht und kommt nicht. Das wird niemals kommen. Ach, oder ist vielleicht die Kubus-Methode noch schneller? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Was? Nee. Schon wieder falsch. Es gibt hier kaum was zu tun. Boah. Wieso schaffe ich's denn nicht da hoch? Was soll das? Das hat auch schon wieder zu lang gedauert. Gibt's vielleicht ne kürzere Methode? Den, den, das Teil dazu holen? Also ich müsste hier theoretisch darüber. Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten. Na super. Daraufhin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Und schon wieder haben wir 20 Sekunden gebraucht. Und waren viel zu scheiß langsam. Blau da hinsetzen, wenn wir uns genau selbst umbringen wollen. Wunderbar. Shit. Und vor allem komme ich immer durcheinander, welches Portal ich denn jetzt eigentlich setzen muss. Naja, die Zeit, die Zwischenzeit war schon mal ziemlich scheiße. Wow, yeah. Das war natürlich perfekt, perfekt gesetzt. Also besser kann man's praktisch gar nicht machen. Äh. Naja, egal. Ah, das ist orange, blau. Und dann muss ich... Orange. Blau. What? Irgendwas stimmt hier nicht. Und wieso ist es diesmal runtergefallen? Äh, ich glaube, jetzt ist immer die Zeit kurz egal. Ich muss erstmal mit dem Portal ankommen. Also jetzt habe ich da das Blau. Oder ist jetzt hier das Orangener? Äh. Ja, genau. Dann. Wenn ich da das Orangener setze. Also ich da das Orangener setze. Ja, erstmal töten. Die Zeit ist schlecht. So, werde ich diesmal das Portal, das hier offen lassen? Okay. Brauchen wir es nochmal. Bisschen Zeitdruck. So, dahin. Da, dahin. Scheiße, war falsch. Aber ich setze es genau über falsch rum. Was soll das? Also ich sage einfach, ich müsste... Müsste mal hier rüber, ne? Da, da. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist auch hier. Und, und. Achso, ich muss doch einfach nur hier durchgehen. Was habe ich denn dauernd? Jetzt weiß ich gar nicht mal, welches Portal ich setzen muss. Äh, das hier? Scheiße, war bestimmt das Falsche. Oh, was noch? Ich bin trotzdem spät. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Oh, 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 oh. Ich bin viel zu spät, viel zu spät. Guck auf die Uhr. Christopher Robin. Verbeine. Verbeine. Ich bin sogar zu schlecht für den letzten Platz. Oh mein Gott. Aber ich bin auch 100% zu spät für den Platz, für den, für die Nummer mit dem Kubus sofort. Die Kubus sofort-Technik. Die ist viel zu schwierig. Ich bin so unfähig mit dem scheiß Kubus. Wir wissen Testpersonen, die gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten. Und, wieso, wo zählt ihr dieses scheiß Portal nicht? Die müssen informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erheblich. Und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Kubus, auf damit. Don't fuck with me, Kubus. So, okay, okay. Kubus? Was gehört, was wir machen müssen, ne? Wir müssen fliegen. Fliegen, hab ich gehört, sagt. Oh ja, fliegen. Genau, genau. Das müssen wir tun. Bam. Oh, Mann, war das Scheiße. Sagen wir jetzt nicht, dass wir unter 20... The fuck, genau dieser Sprung von 50 auf 20 runter. Übertreib doch mal bitte nicht. Oh mein Gott, ich bin so hohl. Ich hab's gerade... Ich hab gerade rausgefunden, wie's geht. In meinem Kopf stimmt doch irgendwas nicht, oder? Es ist doch hyper einfach. Und wie komm ich denn da einfach nicht drauf? Gammastrahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, daraufhin, dass sie eventuell überforschen... Falsche Seite. Aber ich glaube, ihr habt's jetzt auch gerafft. Das hätte ich auch Wollenmann nutzen können, oder? Bei der einen Geschichte mit wenigsten Portalen, oder? Nee. Wir weisen Testpersonen, die Gammastrahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, daraufhin, dass sie eventuell überforschen... 17. Was? Das müsste man halt noch besser gehen. Alter, nein. Und sie sind ein anzuhagender Testkandidat. Und schon 14. 10 Sekunden, dann... Ja, also wenn man den Parcours tatsächlich so machen würde, wie gedacht, dann... 10 Sekunden, never ever. Das geht gar nicht. Okay, machen wir's mal ein bisschen schneller. Wir weisen Testpersonen... Wir wissen, wie ich auch in der Würstchen bin.